Der gewaltsame Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021, bei dem fünf Menschen starben, aufgearbeitet von einem Untersuchungsausschuss, der jetzt in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause sagt, Präsident Trump hat es nicht versäumt zu handeln, er hat sich entschieden nicht zu handeln. Im Fokus der Anhörung im amerikanischen Abendprogramm 187 Minuten. So lange soll Donald Trump nichts getan haben, um seine Anhänger zurückzurufen, gegen den Rat seiner Kinder und Berater. Er schickte aber Tweets raus, die die Menschen aufhetzten, und er brachte seine Unterstützung für den Wunsch einiger zum Ausdruck, die Vizepräsident Pence töten wollten. Jetzt bekannt, die Beschützer von Mike Pence sorgten sich um ihr eigenes Leben, wie jetzt ein der Öffentlichkeit unbekannter Zeuge aussagt. Manche tätigten Anrufe, um sich von Familienmitgliedern zu verabschieden. Pence's Personenschutz dachte, das kann ganz übel werden. Auch am Tag nach den Ausschreitungen, der Ex-Präsident will nicht von Niederlage sprechen, wie nun Videoausschnitte zeigen. Ich möchte nicht sagen, dass die Wahl vorbei ist. Ich möchte nur sagen, der Kongress hat die Ergebnisse bestätigt, ohne zu sagen, dass die Wahl vorbei ist. Ob Donald Trump angeklagt wird, noch unklar. Das entscheidet der Justizminister, nicht das Komitee. Die nächsten öffentlichen Anhörungen sind hier für September geplant. Das ist die Frage hin, also die Kommisstitelung der Veröffentlichung des Geografischen Zelle auf refused mich zu verabschieden. Genau.